Der Gesichtsausdruck ist das Porträt, die Augen sind die Informanten. Das Sehvermögen ist einer der wichtigsten unserer Sinne. Und Legionen von Dichtern haben Bücher über die Schönheit menschlicher Augen geschrieben. Leider sind die Augen auch eine der meisten vernachlässigten Facetten der menschlichen Anatomie. Ja, wir korrigieren unsere Augenbrauen, tuschen die Wimpern und benutzen andere Produkte, um sie besser aussehen zu lassen. Was die meisten von uns nicht wissen, ist die Tatsache, dass unsere Augen von sich aus die Kraft haben, körperlichen Schmerz zu erleichtern, Stress zu reduzieren, unser System zu verjüngen und vieles mehr. Da Yoga die vollständige Wissenschaft des Lebens ist, zeigt es uns, wie wir wirklich unsere Augen behandeln sollten, so dass sie gut aussehen, uns besser fühlen lassen und unsere Sehkraft gestärkt wird. Das menschliche Auge ist die raffinierteste Kamera der Natur. Es ist ein kompliziertes Organ, das Lichtstrahlen in Bilder verwandelt, über Nervenimpulse, die im Gehirn empfangen werden und uns die Sehkraft geben. Ihre Sicht wird ermöglicht durch die vielen Strukturen des Auges. Die Hornhaut ist das klare Gewebe vorne auf dem Auge, das zusammen mit der Linse die Lichtstrahlen, die ins Auge eindringen, biegt und bricht und ein Bild auf der Netzhaut entstehen lässt. Unscharfe oder verzerrte Bilder entstehen, wenn die Hornhaut die Lichtstrahlen nicht genau auf die Netzhaut projiziert. Das Sehvermögen kann durch verschiedene Faktoren ungünstig beeinflusst werden, von Unterernährung zu regelmäßig wiederkehrendem Husten und Erkältung. Unser heutiger Lebensstil, bei dem Fernsehen und Computer eine so große Rolle spielen, hat eine ungünstige Wirkung auf unsere Augen, die überanstrengend und geschwächt werden. Außerdem verursacht diese Überanstrengung der Augen auch Stress und Kopfschmerzen. Yoga zeigt uns einen Weg der Stressreduzierung und hält unsere Augen jahrelang gesund und funkeln. Diese Yoga-Asanas erhalten die phänomenalen natürlichen Kameras unserer Augen, gesund und frei von Anstrengung und sichern so ein stressfreies und gesundes Leben.